Leute, ihr seht uns wieder. Ohne Mütze, ohne Jacke. Wir sind wieder im Tal und waren vorhin irgendwie ein bisschen schlapp alle. Wir haben also, was der Saarländer sagt, ein Gimsche gemacht. Also ein kleines spätbetägliches Schläfchen. Wir sind jetzt auf dem Weg, weil wir leichten Hunger verspüren. Downtown, hinter uns die Aare. Ist das nicht schön? So komisch, was ist das? Türkis, Grün, Blau, Grau, keine Ahnung. Konnt ihr, was ist das für eine Farbe? Was ist so Türkis? Ja. Wenn du mal ein Bild, Konni haut immer ab. Türkis. Türkis. Das ist eine schöne Farbe, so einmal. Hier müssen wir jetzt durch. Also, da, nicht durch Wasser. Wir suchen was zu essen, haben wir schon gesagt. Hoffentlich finden wir was. Den Schwenk aus besondererem Grund, wenn noch jemand hier lang will, also, Konni, passt. Ich mit Schuhe nicht. Also, bitte, die gebeugten Hauptes hier durch. Vielen Dank. Halleluja. Musik 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 Vielen Dank. Ja, wir sind auf dem halben Weg. Ich weiß nicht, wie ich das im Film verarbeiten kann, aber das liegt da oben auf dem Gletscher. Das ist der Wahnsinn. Das ist Rothorn, irgend so ein Berg, keine Ahnung. Genau kann ich es auf der Karte auch nicht identifizieren. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? So Leute, wir sind auf dem Heimweg ins Hotel, aber das Bild kann ich euch nicht ersparen. Da oben, was links und rechts alles genau ist, weiß ich nicht. Aber das ist Eiger und Mönch. Das geht hier dreieinhalb, viertausend Meter hoch. Da waren wir heute. Die Gletscher ziehen runter, die Sonne scheint da oben drauf. Wahnsinn. Unheimlich schön hier. Also geil, richtig geil. Hallo, ihr grüßt euch. Guten Morgen. Ja, ob das ein Video wird, weiß ich nicht. Wenn, dann ein Kurzvideo, weil heute geht es wieder zurück. Wir sind hier noch gut beim Frühstücken. Der Tisch biegt sich. Coni hat hier alle Brote der Schweiz auf dem Teller. Und ich Nutella und Käse. Gute Verbindung. Ja, geht heute zurück. Innerhalb einer Stunde, sowas, werden wir hier das Gastischhaus verlassen. Zum Bahnhof gehen, noch ein paar Kleinigkeiten für die Fahrt kaufen. Und dann schauen wir mal, wie die Rückfahrt läuft. Also, ein paar Minuten Video haben wir noch. Fahrt einfach mit. Coni meint, zum Abschied sollte ich hier nochmal ein Bild machen. Mal ein kleines Video. Also, Interlagenost. Nabel der Welt. Ein schöner Bahnhof. Und wir gehen jetzt allerdings noch kurz da rüber in den Koop. Ja. Was zum Trinken, also Wasser. Und was zum Knabbern, also Stuhle oder irgendwas kaufen, damit wir die Reise überstehen. Also, wir sehen uns dann im ICE der Deutschen Bahn. Ja, der ICE ist jetzt startbereit. In zwei Minuten soll es losgehen. Kamera ist montiert. Und ich denke, wir können euch noch ein paar schöne Fahrtbilder zeigen. Und vielleicht erzählen wir auch unterwegs noch was. Aber wie gesagt, mit kurzes Video dieses hier. Abfahrt Richtung Norden. Air-ena. ιm 5 8 8 9 9 7 10 11 11